Das hast du auch so gefilmert. Schade, dass das Ding wirklich was ist. Das war für dich jetzt wieder eine Einladung, ich weiß. So, los geht's. Ich rieche meinen Stometer dann. Wo ist das denn? Ich habe eine ganz böse Vorordnung. Ich habe eine ganz böse Vorordnung. Wir haben alle das selbe Vorzug. Er kennt die Strecke und hat ein anderes genommen. Ich kenne weder die Strecke noch habe ich hier was anderes genommen. Sondern nur das Ding hier. Ja, sieht nicht so aus, als hätte der was anderes genommen. Ich war jetzt leicht erschrocken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich habe ihn weg, keiner verdient. Ich wollte das eigentlich ohne Ramm machen, aber du hast dann irgendwie auf einmal noch innen rein gezogen. Ah, der kann halt ab. Oh ja, was denn da bei Enrico noch? Oh, hallo Enrico. Steht der da? Ja, ich hänge hier fest, das ist dumm, Alter. Dann mach doch Respawn, Alter. Ja, aber ich spawn direkt vor der Rampe. Moin! Was ist jetzt passiert? Ich wollte doch nur außenrum. Ich kann nicht mehr. Das bildet gerade. Boah, ich bin der Tag mit deiner Figur. Ich habe die Strecke zurückschneiden. Was? War so geil. Mit dem schleudern geht er sich ja aus. Kev, bist du vor mir? Ich bin der erste momentan, ja. Markus? Ich bin hinter dir. Wobei, man ist das halt immer anders rum, aber egal. Ja, weil ich dann... Ich bin vor Lachen gestürzt und ich bin über die Rampe und da hat es mich weggenommen. Kannst du mal bitte weggenommen? Das geht zu geil. Das gefällt mir doch nicht. Das war zu geil, wie Sven da versucht hat, ein Wallride zu machen. Was machst du denn da, Sven? Ich komme nicht mehr raus. Ja, das sag ich auch immer. Das sag doch Kevin mal, ja. Da kommen wir auch nicht rein. Was sagst du? Also irgendwie, so kurz und so hässlich, wie die Runde hier ist, irgendwie macht die Gaudi. Die macht auf jeden Fall Gaudi. Nee. Sorry, sorry. Aber ich habe wirklich gedacht, die schafft das noch, ne? Alter, seh! Nein! Das ist mir gerade fast den Kopf abgerissen, Alter! Gott, ey! Nein! Das Teil hat aber auch eine Kurvenlage, ey! Unfassbar! Das Problem ist, wenn du mit drei Rädern und dann voll auf der Nase zuerst aufkommst! Alter, wenn du das hier mit voller Lobby spielst, Alter, das gibt doch Chaos! Das geht definitiv gar nicht! Das reicht doch schon, wenn wir es zu viert spielen! Warum macht das Ding los und macht das Ding Laune? Irgendwie, ja, ne? Guck mal, ich habe bis jetzt die Bande gekürzt, ich habe Wall-Wide versucht! Also ich war wohl nicht mal so schlecht! Kannst du mal hinter mir weggehen, wie auch immer da jetzt sitzt! Ja! Ich habe schon... Ja! Das war ich bei mir überhobe! Ja! Schön! Ja! 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 Ich musste die Kurve gerade so weit nehmen, Alter, damit ich dich nicht frempele! Ja, ist doch schön! Sorry, 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 sorry! War keine Absicht! Ich wollte da eben schön vorbeischlüpfen! Du wolltest es schlüpfen? Ja, was? Alter, jetzt kommt der Zweifel! Verpiss dich jetzt! Weißt du? Und er drückt dann so... Gott dreht dir die Kurve! Wow! Alter! Hilfe! Ich geh mal hier vorbei, ja! Ich auch! Der wollte mich in die Kurve! Der wollte mich in die Kurve! Der wollte mich in die Kurve! Jetzt ist vorbei! Oh Kevin! Der war gut! Ich will auch vorbei! Und was macht der? Schieß gerade aus weiter! Ja, ja! Aber weil ich eigentlich eindenken wollte nach rechts und da sagt der Nö! Gerade aus! Ist schöner! Naja! Alles gut, hab ich jetzt will! Ach man! Oh! Ich hoffe, dass die beiden sich da vorne nochmal wegschießen! Oh Alter jawohl hinterletzten Kurve habe ich schon gekriegt hat ja noch so ein scheiß Glück dabei Markus war ein gutes Kämpchen danke, gleichfalls aber Kevin, du machst auch gut es war einfach nur lustig dein WarRide war legendär alter, so hart gelacht habe ich lange nicht mehr das sah so geil aus weil du hast nur so was oben, unten, unten dann schlug die Figur quer über die Drecke ich habe eigentlich behauptet, ich kriege es mal hin aber es hat einfach nicht funktioniert es ging einfach nicht dann habe ich mich so kaputt gelacht, dass ich beim nächsten Sprung selber auf die Fresse gefuckt bin das Ding war gut das Ding war ich das bleibt auf jeden Fall drin das ist eine geile Strecke das muss man irgendwann mal mit mehr Leuten spielen das wäre geil das ist schön eng da oben jetzt alle das ist gerade 87, 85 das ist schön eng da oben so, wir können gerne beenden ich bin erster, das reicht so zu gut, zu gut das ist schön yeah das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020